ja wenn du dann fertig bist mit der bearbeitung deines bildes dann möchtest du dieses foto ja natürlich gerne auch mal im internet zum beispiel präsentieren und dazu musst du es aus facebook noch mal exportieren bzw abspeichern sei es jetzt als jpeg bild oder als png oder welches format auch immer facebook bietet ihr da sehr viele möglichkeiten und die möchte ihr gerne jetzt kurz zeigen am anfang steht natürlich bei einem 24 megapixel wie jetzt in dem fall also 24 megapixel bildgröße dass man das bild etwas verkleinert und dazu bietet sich auch an alles erstmal auf eine ebene zu bringen ich nutze dafür immer den shortcut command alt shift und e den klicke ich jetzt mal und dadurch bekommen wir alle ebenen auf eine einzelne ebene und die kann ich über auswahl alles auswählen und dann bearbeiten kopieren in die zwischenablage kopieren und machen wir dann einfach dateien neu ein neues bild klicke ok und gehe dann auf bearbeiten einfügen und habe jetzt hier nur dieses eine bild drin sind nur diese eine ebene und da ist jetzt alles drauf was wir bearbeitet haben im nächsten schritt muss das bild natürlich etwas kleiner sein das kann man auch direkt beim export machen aber ich würde empfehlen macht es vielleicht zunächst mal hier über bild bildgröße und wäre dann hier zum beispiel 960 pixel aus das ist eine gute größe auch für facebook und jetzt haben wir das bild eben kleiner und können das jetzt ebenso abspeichern und um das jetzt abzuspeichern gehst du auf datei exportieren und kannst dann dort auswählen zwischen exportieren als oder als web für web speichern so das ist das legacy das heißt es war früher der exportieren dialog der ist immer noch hier im programm drin da gehen wir einmal rein ist eigentlich der dialog den ich eigentlich auch immer benutze weil er mir irgendwie vertrauter ist und mir auch eigentlich besser gefällt und kannst hier dein bild einmal sehen und kannst hier rechts auswählen was du für ein format haben möchtest beim speichern jpeg bng zum beispiel und kannst dir unten auch noch mal die bildgröße für den export eben bestimmen und gehst dann einfach auf speichern der neue dialog ist eben datei exportieren exportieren als und auch hier kannst du auswählen welches bild format du speichern möchtest du kannst die bildgröße noch mal hier ändern und auch ob die metadaten mit abgespeichert werden sollen das coole hier dran ist jetzt dass du auf einmal mehrere größen erstellen kannst das heißt du kannst hier ein normales in der normalen größe geben festlegen und können es dann hier plus drücken und dadurch sagen okay das soll jetzt eins sein das ist 0,25 fach kleiner also vier mal kleiner und kannst dann durch druck auf alle exportieren direkt beide varianten eben exportieren lassen ja mehr gibt es eigentlich zum exportieren der bilder aus photoshop auch gar nicht zu sagen ich würde an deiner stelle wirklich so lange es noch geht hier dieses für web speichern nutzen ich finde den dialog irgendwie besser aber das ist sicherlich auch geschmackssache so Bis zum nächsten Mal.